Hallo, ich heiße Lars Reckermann und bin der Chefredakteur der Schwäbischen Post und der Tagespost. Wir sind wieder in unserem Fahrstuhl und neben mir ist Giffrey, der jetzt in unserem Elevator-Pitch die Möglichkeit hat, binnen vier Minuten seine Geschäftsidee zu erklären. Giffrey, überzeugt mich, die Zeit läuft. Was machst du? Danke dir Lars. MECAN ist die faire Bestellplattform, wo nicht nur Restaurants drauf sind, sondern auch noch weitere Unternehmen und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, Unternehmen kaufen von uns digitale Essensmarken und spielen diese über die MECAN-App an ihre Mitarbeiter zu. Und dafür zahlen sie nur monatlich eine Gebühr von 20 Euro und pro verkaufte Essensmarke 50 Cent. Das ist alles. Und die Mitarbeiter können jetzt ein Restaurant aussuchen, ihr Essen zu einer bestimmten Uhrzeit vorbestellen und mit der digitalen Essensmarke einen direkt vergünstigten Preis bezahlen. Damit wird also die öffentliche Gastronomie zur Betriebskantine. Ah, okay. Das heißt, es ist kein Lieferando, also da wird nichts geliefert, sondern ich kaufe mir quasi mein Essen in der Station XY ein. Richtig, richtig. Lieferung wird in Zukunft möglich werden über die App, aber nur wenn der Gastronom das von sich aus so schon anbietet. Überzeug mich. Was hätte ich denn davon? Ich könnte ja auch sagen, ich gehe aber trotzdem weiter in die Pommes-Boudre, die Restaurants, die wir in der Nähe haben. In die Pommes-Boudre, ja, kannst du gerne machen. Aber du kannst auch deinen Lohn so optimieren, dass du über die Essensmarken mehr von deinem Bruttogehalt hast. Ah, okay. Es ist ein Steuermodell. Ja, es ist ein Steuermodell dahinter, ja. Ja. Also Arbeitgeber profitieren davon, dass jede verwendete Essensmarke komplett steuer- und abgabefrei sind. Die Überprüfung der Subventionsfähigkeit von den Speisen und Getränken passiert also bereits in der Bestellung direkt. Das heißt, die Lohnbuchhaltung hat also keinen Aufwand mehr mit Essensmarken zählen, irgendwelche Strichlisten führen oder Kontakte zu Restaurants aufzunehmen, um zu überprüfen, was alles gegessen worden ist. Das heißt, eure Kundschaft ist dann aber eher der Arbeitgeber und nicht der Arbeitnehmer, oder? Eher Arbeitgeber und die Gastronomen. Das sind unsere zwei Big Players. Okay. Seid ihr im Aufbau? Gibt es euch schon? Läuft die App schon? Die App läuft schon in unserem Testmarkt hier in Aalen. Wir haben jetzt schon fünf Restaurants, die da mitmachen. Und du kannst auch dein Unternehmen mit anbinden und die Essensmarken verwenden. Oder du sagst, ich kann, ich habe kein Unternehmen, ich kann ganz normal ohne Unternehmen auch bestellen. Hilf mir das. Also jetzt denke ich mal so an meine Situation. Ich gehe halt auch gerne essen, auch hier in Aalen. Wo ist der Vorteil, wenn ich eure App habe? Wie würdest du mir die näher bringen wollen? Ja. Du hast die App und es geht hauptsächlich um den steuerlichen Vorteil. Dieser Essenszuschuss, den du bekommst, aber der ist ja steuerlich für dich absetzbar. Und nicht nur das, sondern du kriegst halt steuerliche Vorteile, aber auch von meiner Sicht aus. Für mich ist es natürlich als Mitarbeiter klasse, wenn ich nicht in Vorkasse gehen muss für eine Subvention. So, jetzt wird ein Schuh draus. Sondern direkt einen vergünstigen Preis bezahle. Und keine Kassenbons abfotografieren und an meinen Arbeitgeber senden muss. Wir haben noch eine Minute. Ist das schwer, Gastronomen zu überzeugen mitzumachen? Wie wart ihr hier haust? Überhaupt nicht. Weißt du auch warum? Weil unser Ansatz ist immer noch Support Your Local. Dieses Modell kostet Gastronomen nur 10 Euro pro Monat und dieser fairer Online-Marktplatz ist gar nicht umsatzbeteiligt. Und wir verlangen auch keine Ranking-Gebühren. Wer macht denn die Akquise bei euch? Bist du das? Läufst du rum? Genau. Und ich bin, Mikan ist übrigens auch eine Lösung von Gastronomen für Gastronomen. Meine Erfahrung in der Gastronomie hier im Rambazamba ist mir sehr hilfreich, da Gastronomen mit anzubinden und in Gespräche mit Gastronomen, wie zum Beispiel mit Poseidon und Amorellis. Da möchtest du jetzt sein. Jetzt sehen einige Leute, eure Geschäftsidee möchten mit dir Kontakt aufnehmen. Wie machen sie das? Du hast eine Homepage, du hast eine Landingpage. Ich finde dich wo? Du findest uns auf mikan-app.de Das habt ihr gleich noch alles bei uns im Subtext drin, damit wir das sehen. Giffrei? War es schlimm jetzt im Fahrstuhl? Nein, oder? Nee, überhaupt nicht. Alles klar. Wir sehen uns. Danke. Wir sehen uns. Danke dir, Lars. Tschüss.